Ja, meine lieben Freunde, im letzten Jahr habe ich an der Stelle, oder fast an der Stelle, absagen müssen, Vosittenfest fällt wegen Corona aus. In diesem Jahr nicht. In diesem Jahr wird sowohl das Vosittenfest als auch unser wunderbares Schwertkämpfertreffen stattfinden. Und das zu uns am nächsten Wochenende. Untertitelung des ZDF, 2020